Moin Leute, ich wollte euch heute meine Software vorstellen, oder was man für eine Software Schlacht braucht, also Software Ausrüstung, hier zum Beispiel, meine M14 Zock Home ist das, die kriegt man in jedem Handel, so für 60 Euro, ich hab's jetzt auf jeden Fall für 60 Euro gekriegt, wie ihr schon bemerkt, ich steh hier mit dem T-Shirt rum, aber so mach ich öfter Software Schlacht, ja, kommt drauf an, was der Juna hat, ich hab jetzt nur 0,5 Joule, und diese Waffe sollte man auch, eigentlich so, wenn man hinten ist, zum Beispiel, keine Ahnung, im Feld hockt, aber das ist mehr für Snipern halt, mein Team aber ist eigentlich sehr gut, wenn man stirbt, und hat auch ein Ziel, also ich würd die empfehlen, 20 Kugeln passen rein, dafür 20 Gramm Kugeln würd ich nehmen, das sind diese, das sind die weißen Kugeln, kochen jeweils 1,5 Stück von Euro, oder man kann auch die Bio-Kugeln, kosten 3.000 Stück, ähm, 9 Euro, nee, also, ja, 12,99 Euro, so, ja, dafür, dann hab ich hier auch noch, auch eine Primärwaffe, wie man hier sieht, also, wie man hier sieht, auch 0,5 Joule, ich weiß nicht, ob ihr das seht, so, 0,5, ja, ist eher für Schnellfeuer, z.B. hier empfiehlt ein Zock und was Feder drauf, etwas härter aber, aber wie man seht hier, die, die, ähm, ja, Schnellfeuer, das Magazin, da passen ungefähr 40 Kugeln rein, mit Rotfunkvisier, ähm, seht ihr so, äh, ja, da sieht man nicht, ja, auf jeden Fall ist da Rotfunkvisier drin, kann aufklappen, ist eher für Nackenvisier, ja, so, dazu, dann sollte man auch immer eine Sekundärwaffe dabei haben, das ist jetzt eine, äh, Six Hauer, äh, 0,5 Joule, auch, ja, das ist Sekundärwaffe, die würde ich auch immer dabei haben, weil es die Großen mal, ja, primär mal leer sind, und natürlich, man sollte auch eine, ähm, ja, also für, im Primärwaffe sollte man eine Jacke oder so haben, ich renne so rum, natürlich mit Tanten T-Shirt, das ist nicht so, ja, ähm, hier sieht man auch, 0,5 Joule, wenn ihr das seht, also, so, ja, steht auf jeden Fall auf dem Klakett, 0,5 Joule drauf, also ich mach Soft, der ist noch immer so, und eine Dekarose sollte man schon dann haben, weil sonst sieht das hier, ich hoffe der Brille eigentlich auch, aber, naja, wie man will, okay, ich sag dir mal Tschüss, Tschüss,